Hallo, schön, dass du heute reingeklickt hast in unseren Online-Gottesdienst und das heutige Thema, das bewegt mich schon seit ein paar Wochen und zwar ist Gott nicht nur ein Gott der Berge, sondern auch der Täler oder man könnte sagen, Gott ist nicht nur ein Gott der Täler, sondern auch ein Gott der Berge, je nachdem, wodurch du gerade in deinem Leben durchgehst und am Ende merkst du, dass wir heute auch über das ganze Thema Wohlstand sprechen werden, was der richtige Umgang mit Wohlstand in deinem Leben ist und ich nehme dich so ein bisschen in meine Geschichte hinein. Als junger Mann hatte ich natürlich Träume, hast du bestimmt auch, oder? Vielleicht sagst du, ich bin nicht mehr so jung, Matthias, ich bin schon in der Realität angekommen, hoffentlich du auch. Ja, als junger Mensch hatte ich so diesen Wunsch, reich zu sein und ich glaube, das ist auch ganz legitim. Warum? Weil wir uns immer vorstellen, wenn ich das Geld habe und genügend davon, dann kann ich mir meine Wünsche erfüllen. Und deswegen gab es in meinem virtuellen Fuhrpark, gab es einen schönen Porsche GT3, das ist vielleicht erst ein bisschen was hier mehr für die Männer und natürlich auch einen schönen Ferrari, das gehörte einfach dazu und ich habe auch so eine Vorliebe für Architektur und einer meiner Träume ist so ein schönes Penthouse mit einer Dachterrasse, Whirlpool drauf, mit einem schönen Meerblick. Denke ich immer so, Wellness, das wird deiner Seele doch bestimmt richtig gut tun. Und am Ende merkt man aber als junger Mensch, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Und was ich damit meine ist, dass wir so einen Moment erleben, wo wir jeden einzelnen Cent umdrehen müssen. Ja, vielleicht überlegst du noch mal zurück an deine Lehrjahre, die Momente, wo du selbst noch kein Geld verdient hast oder wenn nur sehr wenig, während du in der Ausbildung warst. Also ich zum Beispiel habe sogar noch Zivildienst gemacht, dann gab es da die 450 Euro. Genau. Und dann hat man damit versucht, irgendwie sein Leben zu bestreiten. Und ich möchte das mal so als ein Tal beschreiben, durch das man so durchschreitet. Und dann hat man so diese Träume, ja, man sieht sich auf diesem Berg, aber man gefühlt erreicht ihn nicht so. Und man macht sich Gedanken um seine tägliche Versorgung. Psalm 139 beschreibt uns, dass wir in diesen unterschiedlichen Lebensphasen trotzdem Gott erleben können. Denn Gott ist bei uns. Psalm 139, das ist ein Psalm von David und der beginnt so. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Noch ehe ich das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Ja, wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf? So bist du da. Lege ich mich zu den Toten? Da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am Ende des Meeres. Und auch dort wirst du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Das heißt, egal wo ich mich befinde, Gott ist da. Gott ist mit mir. In den guten Zeiten wie in den schlechten Zeiten. Ob ich mich in einem Tal bewege oder auf dem Berg. Und wir alle, wir erleben diese Momente des Sieges oder der Niederlage. Irgendwie gehört doch beides zum Leben dazu. Ja, die Profisportler können da ein Lied von singen. Ja, sie werden nicht immer gewinnen, sie werden auch mal verlieren. Und ja, dadurch gibt es Momente des Lachens in unserem Leben. Es gibt Momente des Weinens. Und die Bibel benutzt eben dieses Metapher, um das einmal mit diesem Tal zu beschreiben. Also wenn du durch ein Tal schreitest, dann beschreibt es, dass du durch eine Lebensphase gehst, wo du vielleicht auch niedergeschlagen bist, wo die Umstände schwierig sind. Hingegen, wenn du dich auf dem Berg befindest, dann fühlt es sich an, als würdest du von Erfolg zu Erfolg gehen, von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg. Und vielleicht befindest du dich gerade, während du diese Predigt hörst, eher in einem Tal. Und statt irgendwie einen übersichtlichen Blick zu haben, also den hat man ja, wenn man auf dem Berge steht, hoch oben, fühlst du dich in deiner aktuellen Situation vielleicht sogar orientierungslos. Ja, vielleicht eingeengt, niedergeschlagen und scheinbar vielleicht auch von, beobachtet von all denjenigen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, auf diesem Berg des Erfolgs. Aber egal, wie es dir gerade geht und in welcher Season du dich in deinem Leben gerade befindest, Gott ist da. Du bist nicht allein. Gott ist da. Er hält dich in seiner Hand. Er ist bei dir, wenn deine Träume zerplatzen und wenn du die größten Erfolge deines Lebens feierst. Nun, die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, wer oder was ist dein Gott? Ist es der Segen? Ist es Erfolg oder ist es Gott selbst? Worauf bist du fokussiert? Das fünfte Buch Mose, das wir uns heute mal zusammen anschauen wollen, uns insbesondere das Kapitel 8. Das beinhaltet die letzten Reden, die Mose dem Volk Israel mitgegeben hat, bevor er gestorben ist. Aber man könnte fast sagen, das sind seine Memoraden, die er verfasst hat, seine letzten Gedanken, seine letzten Worte, die er unbedingt mitgeben wollte. Und Kapitel 8 beginnt folgendermaßen. Das ganze Gesetz, das ich dir heute verkünde, also Mose verkündet es, das sollt ihr halten und ihr sollt danach tun. Dann bleibt ihr am Leben, werdet zahlreich und nehmt das Land im Besitz, wie es der Herr euren Vorfahren geschworen hat. Also Vers 1 könnte man auch zusammenfassen. Gott sagt, hier kommt die Erfolgsformel, wie du ein Leben auf dem Berg führen kannst. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Fünfte Mose, Kapitel 8, Vers 2. Du sollst immer daran denken, wie der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich, er ließ dich hungern, er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn kommt. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Achte darum auf seine Weisungen, bleib auf seinem Weg und hab Ehrfurcht vor ihm. Und diese Verse beschreiben uns, dass das Volk Israel durch ein sehr, sehr, sehr langes Tal geführt wurde. Durch eine Zeit der Erziehung, es war eine Zeit der Prüfung, es war eine Zeit des Lernens. Übrigens befanden sie sich viel länger in dieser Phase, als sie eigentlich aus Gottes Perspektive hätten sein müssen, aber weil sie einfach nicht schnell genug gelernt haben, ging diese Phase länger. Aber in dieser Zeit des Tals, in dieser Zeit der Prüfung und Erziehung, in dieser Zeit des Lernens haben sie Gottes wunderbare Gegenwart erlebt und großartige Wunder. Am Ende täglich. Tägliche Wunder pflasterten ihren Weg, während sie durch dieses Tal schritten. Nun, welches Ziel verfolgte Gott in dieser Season. Weißt du, wenn du durch ein Tal schreitest, bist du ja total von Gott abhängig. Ja, so wie ich schon erzählt habe zu Anfang, am Anfang, wo ich nicht so viel Geld hatte, da war ich total abhängig von Gott. Ja, und dementsprechend war mein Gebet, mein Hoffen, dass er mich versorgt. Und Gottes Botschaft ist ja total klar. Er sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich versorge dich. Ich dass es einen Gott geben muss. Ja, es muss einen Gott geben, weil ich erlebe ihn ja. Ich erlebe ihn, wie er mich durch dieses Tal trägt. Und in Vers 2 lesen wir, dass Mose das Volk Gottes ermahnt. Er sagt, denke an diese Zeit zurück. Erinnere dich daran, wie Gott dich durch diese Zeit getragen hat, durch dieses Tal, wie er dich versorgt hat, wie er für dich da war. Und Gott wollte dir genau in dieser Zeit zeigen, dass du nicht vom Brot allein lebst, also nicht von dem Erfolg, nicht von der Versorgung, die du dir doch so sehr gewünscht hast, von diesem Wunder, das Gott in deinem Leben gewirkt hat, sondern du lebst von dieser persönlichen Beziehung mit Gott. Dort, wo du seine Stimme hörst. Dort, wo du merkst, er ist da. Er tröstet mich. Er trägt mich. Ja. Und die Schlussfolgerung oder die Botschaft des Tals ist also, was dich wirklich sättigt und versorgt, sind die Momente in der Gegenwart Gottes. Das ist die Botschaft des Tals. Dann geht es weiter in Vers 7. Wenn der Herr, dein Gott dich in ein gutes Land bringt, ein Land mit Bächen, Quellen und Wasser, das im Tal und aus den Bergen strömt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatapfelbäumen, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich ernähren musst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und in dessen Bergen du Kupfer gewinnst. Wenn du dich dann satt essen kannst, sollst du dem Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Ja, und du musst diesen Kontrast sehen. Ja, das Volk Israel befindet sich in der Wüste. Ja, und sie sehnen sich nach Nahrung. Das Einzige, was sie bekommen, ist das Brot, das morgens niederregnet. Und irgendwann waren sie es einfach leid, immer dasselbe zu essen. Ja, aber sie waren versorgt. So, Gott hat sie durch dieses Tal getragen. So, weil sie mussten ja diese, diese Botschaft des Tals lernen, dass diese Momente mit Gott sie wirklich sättigen. Nun, und dazu das verheißene Land, ja, Weintrauben, Weinstöcke, es klingt so gut. Ja, und Gott sagt, hüte dich, dass du mich nicht vergisst. Ja, das lesen wir dann in Vers 11. Hüte dich, ihn zu vergessen und das, was ich dir heute verkünde, seine Gebote, Bestimmungen und Vorschriften. Wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und den Herrn, deinen Gott, vergessen. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt. Er ließ dich durch diese große und schreckliche Wüste gehen, wo es Brandnattern und Skorpione gibt, wo alles dür und ohne Wasser ist und er ließ dir Wasser aus dem harten Fels hervorquellen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen und um dir am Ende Gutes zu tun. Wenn du durch ein Tal gehst, am Ende ist Gottes Absicht, dir Gutes zu tun. Und das muss man sich manchmal in Erinnerung rufen. Warte mal, wenn ich durch ein Tal gehe, am Ende wird es mir dienen. Am Ende wird Gott mir Gutes tun. Das Ende wird gut und wenn es noch nicht gut ist, dann kann es noch nicht das Ende sein. Das heißt, das Durchschreiten des Tals, wo du lernst, wo du erzogen wirst, das führt dich dann auf den Berg des Erfolgs. Gott zeigt sich im Tal und er zeigt sich auf dem Berg. Und das ist eine gute Botschaft, weil Gott ist in jeder Season deines Lebens an deiner Seite. Wenn du dich auf dem Berg befindest, aber auch, wenn du durch das Tal gehst. Nun wollen wir ja alle auf dem Berg. Ja, so wie ich gesagt habe, ich habe geträumt als junger Mann. Oh, ich will reich sein. Ich will einen schönen Fuhrpark haben. Ich will schön wohnen. Ich will, dass das Leben, ja, dass ich so diese Sonnenseite schmecken darf. Und ich kenne keinen Menschen, der sagt, ich will das nicht. Deswegen wollen wir das auch gar nicht verteufeln, sondern das ist doch was ganz Normales. Jeder Mensch sehnt sich nach einem gesegneten Leben. Nun, die nächsten Verse beschreiben dann, wenn du diesen Ort gefunden hast, wenn du dich jetzt auf dem Berg befindest, wenn du diesen Segen erlebst. Vers 17. Dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, der Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Doch wenn du den Herrn, deinen Gott vergisst, wenn du anderen Göttern nachläufst, ihnen dienst und sie anbetest, dann sage ich euch heute, ihr werdet unweigerlich zugrunde gehen. Wie die Völker, die der Herr für euch vernichtet, so werdet ihr vernichtet werden, wenn ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes hört. Und deshalb meine Frage an dich. Wer oder was ist dein Gott? Und wovon nährst du deine Seele? Ja, was ist das, was dich so schmecken lässt, wo du sagst, das ist, was ich genieße? Ist es der Moment in der Gegenwart Gottes oder genießt du so sehr den Segen, den Gott dir geschenkt hat, dass dir die persönliche Beziehung mit Gott einfach nicht mehr so wichtig ist? Warum auch? Es geht dir ja gut. Wer oder was ist dein Gott? Ich finde es immer wieder interessant, dass selbst Jesus im Neuen Testament, obwohl Jesus so große Wunder gewirkt hat, wo Gottes Gegenwart zu spüren war, seine Kraft auch, dass es einfach Menschen gab und er sprach da über die Wohlhabenden, die Schwierigkeiten hatten, in das Reich Gottes hineinzugehen. Und ich glaube, der Grund dafür ist folgender. Wenn du so doll gesegnet bist und dich in einem Segen befindest, dann fragst du dich einfach, naja, wofür brauche ich einen Gott? Es geht mir doch gut. Es sitze ich sonntags früh einfach so schön auf meiner sonnigen Terrasse. Brauche ich wirklich einen Moment mit Gott? Brauche ich wirklich diesen Moment, wo ich mit anderen, die an Gott glauben, diesen Moment im Gottesdienst, wo ich gemeinsam Gott anbete? Der Segen, den ich habe, der fühlt sich doch so gut an. Und die Wahrheit ist, Gott gönnt dir all diesen Segen. Aber dieser Segen wird dich nie glücklich machen. Es mag sein, dass du kein Wunder von Gott benötigst, weil du dich auf dem Berg befindest und das ist super und nicht im Tal. Gott ist aber nicht nur der Gott der Täler, sondern auch der Gott der Berge. Und wenn du dich in diesem Segen befindest, dann gibt es da auch eine Botschaft. Wenn die Botschaft des Tals ist, was mich wirklich sättigt und versorgt, sind die Momente in Gottes Gegenwart, dann ist die Botschaft des Bergs. Ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Meinen Erfolg verdanke ich Gott. Dafür preise ich dich. Und Gott, du bist mir wichtiger als alles andere im Leben. Du bist mir wichtiger als jeglicher Segen, den du mir geschenkt hast. Und der Segen soll mir dienen und nicht ich will dem Segen dienen. Und deswegen heißt es im Prediger 5, Vers 12, es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und wisst ihr, da habe ich mir einfach so die Frage gestellt, wie kann ich denn meinen Wohlstand zu meinem Unglück aufbewahren? Und ich glaube, das ist dann der Fall, wenn der Segen mir wichtiger geworden ist als meine persönliche Beziehung zu Gott. Und vielleicht, wenn du gerade durch ein Tal gehst, kannst du das vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber wenn du dich auf dem Berg gerade befindest und merkst so, es ist irgendwie so schön, in meinem tollen Auto zu fahren. Es ist irgendwie so schön, mein Tablet zu haben und wieder meine Lieblingsserie zu gucken. Es ist gerade irgendwie schön, in meinem Garten zu sitzen und einfach mein Leben zu genießen. Aber irgendwie sind die Momente mit Gott weggegangen, verschwunden aus deinem Leben. Dann ist der Wohlstand zu deinem Unglück geworden. Er ist auch zum Unglück geworden, wenn er zwischen dir und Gottes Absicht für dein Leben steht. Er hat Psalm 139, den wir gleich am Anfang unserer Predigt gehört haben. Da spricht David davon, dass Gott sich Gedanken über dein Leben gemacht hat, als er dich geschaffen hat. Aber es kommt manchmal vor, dass der Segen dir wichtiger geworden ist als die Absicht Gottes, die er für dein Leben hat. Jesus hatte so einen Moment mit einem wohlhabenden Menschen. Das lesen wir in Lukas 18, Abvers 22. Dieser Mann wollte Jesus nahe sein. Er liebte das, was er im Leben von Jesus sah. Und dann sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Und dann heißt es, der Mann wurde sehr traurig, als er dies hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Wohlhabende, in Gottes Reich zu kommen. Aber es gibt gute Nachrichten. Um Gott nachzufolgen, musst du nicht deinen ganzen Wohlstand loswerden. Das Alte Testament ist voll von Männern und Frauen Gottes, die sehr, sehr reich waren. Sehr, sehr wohlhabend. Und das ist auch Gottes Herz für dich. Er möchte dich segnen. Aber diese Männer, ob das ein Abraham war, ein Isaac oder eine Sarah, deren Reichtum, den sie in ihrem Leben hatte, der hat sie nicht daran gehindert, Gott nahe sein zu wollen und mit ihrem Segen, den sie von Gott bekommen haben, seinen Absichten zu dienen. Ja, und das ist zum Beispiel vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, wo du mal so über dich nachdenken kannst. Weil vielleicht sagst du gerade, Matthias, ich befinde mich genau auf diesem Berg. Es geht mir gut. Ich brauche gar kein Wunder in meinem Leben. Ich bin gesegnet. Halleluja. Gute, gute Neuigkeit. Ja, und dann kannst du darüber nachdenken. Ein gutes Beispiel wäre, du hast die Möglichkeit, in einem schönen Haus zu wohnen. Ja, mit einem schönen Garten. Und dann stell dir doch die Frage, öffne ich mein Haus für Menschen? Lade ich Menschen ein, um an meinem Tisch Platz zu nehmen? Oder genieße ich das Haus einfach nur für mich selbst? Ja. Und das ist der der nächste Punkt. Wie kann der Wohlstand zum Unglück für mich werden, ja, wenn ich ihn nicht mit anderen teile? Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du den Wohlstand und die Reichtümer, die Güter, die Gott dir geschenkt hat, wie du da mit Gottes Absichten dienen kannst, wie du das mit anderen teilen kannst. Ja, und das wäre meine Abschlussfrage. Woran bist du reich? Dass du einmal innehältst und sagst, okay, warte mal, das muss ja nicht nur materiell sein, sondern vielleicht bist du reich an Zeit. Du bist reich an Liebe. Du bist reich an Ermutigung. Du bist reich an Freude. Vielleicht bist du auch reich an Einfühlungsvermögen. Ja, man kann in so vielen Dingen wohlhabend und reich sein. Das ist der Segen Gottes. Und dann überprüfe dich doch selbst und frag dich mal, teile ich diesen Segen, diesen Reichtum, diesen Wohlstand, den Gott mir geschenkt hat, mit anderen? Oder bewahre ich ihn zu meinem persönlichen Unglück auf? Denn es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes, als wenn du erlebst, dass Gott durch dein Leben andere Menschen berührt. Und deshalb möchte ich dir das so richtig zurufen, egal wo du dich gerade befindest, ob du durch einen Tal gehst oder ob du auf einem Berg dich befindest. Gott ist der Gott des Tals und Gott ist der Gott des Bergs. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einfach, dass du gute Entscheidungen für dein Leben treffst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns immer als Endziel diesen Berg siehst, den Berg des Segens. Du willst uns in ein gesegnetes Leben führen. Das hast du uns versprochen. Und dafür bist du, Jesus, auch am Kreuz gestorben, dass wir reich sind. Reich an Freude, reich an Frieden, reich an Begeisterung, aber auch reich an guten Dingen. Denn du hast uns versprochen, dass du uns versorgen wirst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Segen erleben dürfen, auch diesen Wohlstand, den du uns schenkst. Aber Jesus, wir wollen uns in Erinnerung rufen, die Tage, wo wir durch das Tal gegangen sind, wo wir lernen durften, wo du uns beibringen wolltest, dass wir nicht von dem Segen leben und uns davon ernähren, sondern dass unsere Seelen diesen Moment in deiner Gegenwart brauchen. Und Jesus, wir sind hungrig nach dir. Jesus, wir wollen dich spüren, wir wollen dich erleben, wir wollen dir nah sein. Das ist unser täglich Brot, deine Gegenwart. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir so wie alle anderen schon zuvor genannten Helden Gottes, dass wir den Segen, den du uns schenkst, mag er materiell sein oder reich in unserem Herzen, reich an den Möglichkeiten des Himmels, dass wir das nicht für uns bewahren, sondern dass wir das freigebig teilen mit all den Menschen, denen, ja, die du uns anvertraut hast und denen du so diese Möglichkeit schenkst, dass sie unseren Weg kreuzen. Und wir wollen das gerne teilen. Amen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.